Hallo liebe Nerds und Nerdinnen, willkommen zu Portal Nights. Aloha! Genau, der David und der Olli sind da. Ja, Olli auch! Wir konnten Olli überreden, das Spiel auch zu machen. Nachdem wir das ja schon mal irgendwann mal getestet haben. Vor langer, langer, längerer Zeit war das glaube ich. Olli, der Charakter passt zu dir. Ja, alt, glatze. Alt, glatze. Ja, André hat da... Habe ich auf den Zufallsbutton gedrückt und der kam als erstes. André hatte komische Zähne. Ich war beim Zahn, da hat er gesagt schleifen lassen. Mach mal spitz. So, ja, was müssen wir jetzt machen? Wir entdecken die Welt von Portal Nights. Aua, ich habe noch einen Deckel gekriegt. Aua, aua, aua. Du bist auf dem Fernkämpfer. Ja, keine Ahnung, aber ich habe noch keinen Fernkampf. Du musst auf Rechtsklick drauf machen. Aua, 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 aua. Ich bin hier so viel Schein. Snarkämpfer, haha. Ja. Total nervig. Alter, ich bin gleich schon tot. Aua, Hilfe. Alter, ich bin schon tot. Hahahaha, Kacken. Boah. Es gibt jetzt Wasser, hier ist welches. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So, die baut Blöcke ab, ist hier klar. Nur die. Ich schieße auf den gewissen Schleim. Nein, du schießt auf den Boden. Bei dem Schleim nicht im... Richtig. ...den Blickers. Wow. Alle kann man nicht schwimmen hier oder? Man scheint nicht. Hui, man kann aber laufen unter Wasser. Ja, immerhin. Immerhin, ja. Ja. Ich brauche zwei Portalsteinen Bruchstücke. Okay. Äh, habe ich schon gesagt. Ja, das ist gut. Ich muss noch zwei Feinde besiegen. Zwei Feinde? Ich weiß gar nicht, meine Grundlagen sind aus. Warum sind meine aus? Nein, sehr deutlich. Ich repariere die kaputte Werkbank, in dem du sie... Was ausrüstest? Wie soll ich die denn ausrüsten? Aber hier. Benutzen. Warum? Vier Holz. Vier Holz? Okay. Vier Holz. Wow. Olli, Bäume fällen. Ah. So, vier Holz. Wo bist du denn? Da oben bist du bestimmt in der Hütte dran, ne? Äh, ich höre schon, dass die Bäume mit meinem Boden fällen oder was? Ja, am Anfang ja. Du hast ja nichts anderes am Anfang. Oder? Nein, du kannst glaube ich... Oder kannst du das schon bauen? Kannst du schon Werkzeuge bauen? Schon keine Ahnung. Ich kenn mich hier nicht aus. Boah, kannst du. Steinspitz hat geschleift. Ja, Olli, das ist ähnlich wie ein Minecraft. Wenn du E drückst, hast du oben dein Menü. Oder kannst du da ein Baumenü durchgucken? Oh, hier aber Stein noch. Ich brauche jetzt aber immer noch zwei Gegner. Ja, hier oben. Oben bei der Hütte ist noch ein bisschen Schleim. Wasser habe ich, Beeren. Na dann. Oh, hier haben wir. Ja, hier? Braumwolle oder sowas. Ja, Baumwolle gibt es auch mal zwischendurch, ja? Ja. Weizen. Ganz direkt neue Baumwolle. Ja. Der Chris ist da. Hallo Chris. Hallo Chris. Hallo Chris. Au. Du blöder Schleimbeutel. Ey. Super. Der Steinbeutel hat bestimmt auch Gefühle. Oooooラja, jetzt kann ich schon wieder einen Heidel dran. Ja. ja so lange in mit die pauschel er soll jetzt nicht welche kippen was gibt es hier steht werde die kisten los und holen jetzt hier nur weiß ich nicht obwohl die Beute aus dem Tisch Prozent hier ist doch Kissen wo es nicht Biedel der Holzbläufe ich weiß nicht ob das gemeint ist oder ob irgendwo auch anders der Kiste ist Prozent der Zielgruppe Prozent wir haben die Hütte hier zu reparieren irgendwo noch was kaputt hier überall kaputt ob der die jetzt auch fertig Baum fährt so rein irgendwo ranpatschen oder was wie viele sollst du denn noch reparieren still eine Lehrlingsmagierrobe okay wer ist da gerade dran okay du also ja dann geh raus äh geh ich raus ähm dann brauch ich Baumwollstoff wie mach ich den denn nochmal grad da hier blau Porta ist da ey gehörf gleich weg Ich hab Fackel gebaut ausrüsten hab ich was ne davidchen da machst du da ist ein holz sammeln aber schon mal ein bisschen holz können wir nachher gucken weitergehen und da müssen wir uns ja nachher noch ein schönes fleckchen aus und schönes gebiet aussuchen wo wir nachher eine schöne basis bauen können und hier gleichstiftung hier draußen hier raus komm mal her hinter dir das ist genau die richtung die kleine büsche hier die weißen blüten dran das ist baumwolle das ist ein kleines gemütliches wuselspiel also zwischendurch zwischendurch ist das eigentlich ganz lustig ja eigentlich schon muss man eigentlich inzwischen auch mal hier essen und trinken oder wie sieht das aus glaubt nicht war noch nicht okay das fehlt noch so ein bisschen kannst du aber essen und trinken um dein leben aufzufüllen ja das stimmt das da war ja irgendwas stimme ich habe mich gerade überlebt wofür die dann sind die lösung der jahr und trinken ich weiß nicht ob er mittlerweile im dungeon ist also hier und da unten im Keller ist auf jeden fall was Olli Hä? Moment Ok Warte ich noch kurz auf Oli. Äh. Ich muss mir mal einen Kittel anziehen, den ich gebaut hab. Hilfe! Ja, wo seid ihr? Wir haben einen Pfeil über den Kopf, Oli. Ach, da hinten. Ja, das ist ganz einfach gestrickt hier. Also, wenn du uns verlierst, dann brauchst du einfach nur, dich nur einfach in den Kreis zu drehen und gucken, wo die Pfeile sind. Boah, ich hab's geschafft, ganz alleine. Ah. Meine Kameraden mich ja ganz alleine gelassen haben. Äh, Scheidendreck. Boah, von oben, fast von oben ganz runtergefallen. Oh, David. Wie gibt's das Treppe? Ja, Entschuldigung, ich weiß. Oli kommt auch gleich. Äh, er nimmt lieber die Treppe, er nimmt lieber die altmodische Methode, weißt du? Er ist ein Loser und will nicht mal runterspringen, ne? Er ist ein Loser, Oli, du bist ein Loser. Was sind das für leuchten, der rote, blaue Dinger, hier? Das weiß ich auch nicht. Das ist für Leben und Mana. Achso, beides haben wir ja gut. Das eine siehst du doch, da stehst du direkt davor, das sieht doch aus wie so ein Herz, oder nicht? Ja, aber ich kann dich einsammeln. Ne, weil du ja auch volles Leben hast dann wahrscheinlich, ne? Äh, ja. Ja. Ja, ich hab ne rohe Chromquarz gefunden. Graue Ratte. Wieso hab ich jetzt ne graue Ratte aufgesammelt? Ja. Graue Ratte. Ja, ne, ist klar. Passt doch zu dir. Ich will, was hinter ist. Ich glaub, hier am Anfang glaub ich noch nicht. Ich glaub, das geht nachher später erst los. Das sieht nicht so aus. Ne. Hier solltest du auch nur die Grundlagen lernen, großartig, ne? Ich glaub, die versteckten Schätze kommt später erst, Oli. Oh, hier komm ich nicht raus. Du solltest dich doch irgendwie... Wir reparieren mal einen Bogen. Mit einem Schleifstein. Du konntest dich doch raus teleportieren. Ja, stimmt. M drücken, dann auf das Ding drücken und, äh... Ja, das noch geht gar nicht. Doch, zurück zum Landeplatz. Unten rechts auf der Karte. Wenn du M drückst. Oh nein, das ist... Steak Night. Steak Night. Das ist über der Hütte da so ein grünes Wirbeldings. Über der Hütte ist ein grünes Wirbeldings. Ja, oben, über der Hütte. Ein grünes Wirbeldings. Das ist bei mir nicht. Das ist bei mir nicht. Ich hab kein grünes Wirbeldings. Ja. Okay, auch gut. Ja, wir müssen das Portal zusammenbauen. Ja, Oli. Hat schon einer gefunden? Ja. Das war hier, bei irgendeiner Hütte war das. Ich weiß jetzt, war das bei der oder beim Wachtermann. Ich glaub, beim Wachtermann sogar. Äh, ich brauch ein Steinblock. Wofür? Ein Schleifstein. Ja. Ist doch hier draußen überall. Ist doch Stein. Jetzt seh' ich den Oli nicht so, er glaubt das nachher noch. Dafür brauchst du auch nicht unbedingt die Wege, ne? Für die Schleifsteine, Oli. Das würdst du auch so, äh, machen. Ich hab zwei Portalsteinfragmente, äh, da hinten. Gesehen. Ich muss mal kurz gleich gucken. Was denn hier? Und die benutze ich denn jetzt? Trainingspuppe. Du ziehst, äh, ähm, die Schleifsteine? Schleifsteine und eine Aktionsleister rein. Und auf irgendeinem Slot. Legst dann die Waffe oder, äh, Werkzeug in die Hand, was du reparieren möchtest. Und drückst dann den Knopf vom Schleifstein. Weil ich hab auch zwei Stück. Ah, okay. Ja. Ich weiß nur, dass mein Blitzstab bald kaputt ist. Ja, ich glaub, das geht auch mit Schleifstein. Wicht? Mal gucken, ob das damit auch geht. Da nutze ich so ein Schleifstein. Hab ich eben grad erklärt. Hab ich nicht zugehört. Ja, weiß ich. Du nimmst den Schleifstein, äh, in die, äh, und in die Aktionsleister rein auf irgendeine Taste. Nimmst dann die Waffe in die Hand oder dein Werkzeug und drückst dann die Schleifstein-Taste. Ich brauch noch mehr Baumwolle. Ja, Olli kommt alles. Wir sind doch am Anfang. Sehr gut. Wir sind ja schon wieder da drin, oder was? Ein Portal sind wir. Ein Portal, ich würd's gerade aufmachen. Direkt daneben. Der Weg nach vorne ist nun frei. Doch auch das Dunkel eilt herbei. Wir können in die Welt 1, 2, oder wie auch immer. Ja. Sind wir bereit? Wir sind bereit. So staubige Berge. Waben 2, 1. Uah! Oh nein, Stargate. Uuuuuh! Ja, Chris, ist ja nicht schlimm, ne? Muss ja nicht jeder das Spiel mögen. Chris hat's bestimmt, äh, refundet. Ja klar, Chris hat's refundet. Ja, ich reforme das nachher auch. Warum? Kannst du nicht, wir spielen das jetzt extra 3 Stunden, damit du das nicht refunden kannst. Du kriegst es recht abgehackt. Ach, alles gut. Aua, Aua, Aua. Egal, ich hab gerade Upload-Probleme, glaub ich. Ich glaub, ich seh das. Das liegt dir so hell. Das liegt dir so hell. Ach. So. Ach. Oh, Kupfer. Du hast nur ne Spitzhacke. Das ist gerade Spitzhacke, das ist ne Axt. Kannst du auch bauen. Unser nur im Baumenü. Mal, äh, im Baumenü bauen. Au, 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 alter, haut der zu. Ja, boah. Ja, Level 2. Level 2. Wie hab ich denn? Hilfe! Ja, Oli, geh nicht zu Narwander. Ja, okay. Ja, Oli hat's erwischt. Ach, andere Hilfe. Die sind nicht gut zu mir. Au. Alter, der hat mich one-hat'd, one-hat'd. Ihr blöde Dreck. Oli hat gelivellt. Du, level, hab du, hab du, hab du, da, 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 da. Au. Wo ist man essen? Ich hab gelevelt. Ich hab Fähigkeitspunkte, wow, wo muss ich die denn jetzt reinsetzen? Talente. Attributpunkte kannst du ja auch, musst du ja unten reinsetzen. Ja, das ist am PC. S-Dub Edition. Was haben wir denn hier? Gas, Stärke, Leben. Bloß alles in Leben. Ich hab meine Intelligenz erhöht. Ich bin jetzt schlauer. Ich hab mein Lieben, ey. Weil es ist dann eins plus eins gleich Elsen. André? Hä? Wurde zwischendurch mal ein bisschen Kupfer ab, ne? Das ist doch eine Steinspitze, Hacke. Ich kann auch, oh, das kann ich hier noch ein Talent lernen. Erhöht Zauberschaden an 30%. Weiß ich, putze, oh, oh, oh. Wir brauchen hier Stein. Ja. Ich glaub, ich hab gleich noch was in der Tasche. Muss ich gleich mal gucken. Oh, da ist eine Türe. Da unten ist eine Mine, ja, im Moment. Erst mal kurz auf mich auf, ich muss mal kurz abkürzen. Oh, ja, wir passen auf die auf. Da gehen wir gleich in die Mine. Ja, ich pass auf, wo du mal warst. Alles gut, es war nur ein bisschen Kupfer. Hinter dir. Oh, Kupfer. Kupfer. Was ist die Lange hier? Äh, das war auch irgendwas, für irgendwas brauchte man das auch. Oh, Quarz. Warte mal, Steinblock, du wolltest Steinblöcke haben, ne? Ja, hast du vier Stück in der Tasche? Vier sogar auch. So geil, ach, oh, Alter. Alter, hab ich dir hingeschmissen. Lichter irgendwo. Komm, wir. Mach 3, Mark 50. Äh, Mark gibt's nicht mehr. Oh, ich hab'n Sattel. Ja. Wir packern bauen hier, ne? Kannst ja auch, da kannst ja auch ein paar mehr bauen und kannst dich da nachher auch, äh, so gegen die, an die Wand setzen. So, pup. Ne? Achso, nicht? Kannst du da auch hinterher wieder abnehmen? Ja, ha. Ich spiele jetzt schickt. Auch das geht jetzt, erkannt wie auch sein, weil vielleicht, äh, an der Weltgeneration nicht. Was? Ja, aber auf groß, das hat dir, der PC ausgelastet ist, wenn er am Welt erstellt ist. Ja. Ja, ja, okay. Das, hab ich mir schon gedacht. So nicht einfach vorlaufen, André. Ist das denn hier? NPCs. Vielleicht? Ja, ja. Ein Minenarbeiter. Musiker am Plaudern. Cool. Das ist was Neues. Tief unter der Erde findet man die meisten Ärzte, sagt er mir. Ich find' hier auch genug, äh, guck mal F. Mit F, ne? Ja. Ah, ja, ja. Wahrscheinlich, wenn er sich mit mir am Unterhalten ist. Cool. Uli, pass auf, da kommt einer. Das ist cool. So, ich geh mal rein hier. Ich bin hier Nahkämpfer, Alter. Ich brauch' Leben und so. Oh, hier ist dunkel. Der Klassischer Feuerkorb. Ja, na, da, wo hast denn die Fackel her? Die kannst du bauen, Alter. Guck doch mal in der Baummenü unter N. Guck da doch mal durch, der Fackel. Äh, Baumwoll. Ich kann da sogar noch ein paar bauen hier. Warte mal, ich bau' noch mal ein paar hier. Acht Stück, so. Wackel brauch' ich mir selbst. Bildeine nicht. Wow. Will dir nichts wegnehmen, was dir gehört. Ich hätte geteilt mit dir, weißt du doch, Alter. Ich will nicht mit dir teilen. Wow. Ich fühl mich diskriminiert. Also irgendwie hab' ich das Gefühl, du willst meine Sachen nicht mehr haben. Ich will deine Sachen auch nicht mehr haben. Eine Eule. Wow. Guck mal, David saugt sich alles rein. Haustiere. Das sind Haustiere. Die kannst du nachher irgendwo hinstellen wahrscheinlich. Das ist nicht, weil du so mit deinen Haustieren machst. Du wartest du nicht geweint. Hat sich aber so angehört. Das war ja irgendwo hinstellen, sagst du. Sag mal Haustier. Ich möchte bei dir kein Haustier sein, ehrlich. Warum nicht? Weiß ich nicht. Deine Katze ist ja schon abgehauen. Du weißt Bescheid. Die ist ja nicht von mir abgehauen. Die ist ja von meiner Ex abgehauen. Wo willst du hin, André? Ja, weil du sie abgeschoben hast. Ich hab' ihr mal abgebaut. Achso. Aber das Spiel gibt's auch für PS4? Gab's das wirklich für PS4? Aber gut. Wusste ich gar nicht. Kannst du auch rausgebracht haben. Ah, ich hab' die Kiste gefunden. Ich war ansprucht. Oh, Erfahrung, Erfahrung. Was ist das auf der anderen Seite? Das ist noch ne Kiste. Beansprucht. Da war Kupfer drin. Ich hoffe nur, die Lagerkisten sind jetzt größer. Oh, das hoffe ich auch. Rufenaufstieg. Ist das hier das Ende der Welt? Ich trau mich nicht zu gucken. Ja. Da ist das Ende. Oh, oh. Bei mir auch. Das ist das Ende. Und Oli, pass auf. Du kannst ja runterfallen, ne? Am Ende. Und es gibt keine Möglichkeit wie Minecraft, dass du da so langsam ran schleichst und da nicht mehr runterfällst. Nein. Also wenn du runterfällst, wärst du runter. Und... Untertitelung des ZDF, 2020